Guy de Blaschefort war 1512 bis zu seinem Tod der 42. Großmeister des Johanniterordens. Guy war der zweite Sohn von Guy III. de Blaschefort und seiner Frau Souverän Daubussen, der jüngeren Schwester von Pierre Daubussen, dem Großmeister der Johanniter. Er trat schon früh dem Orden bei und er freute sich danach der Protektion und Förderung durch seinen Onkel. Eine Inschrift von 1486 in der Kirche Sergin de Burkeneuf besagt, dass er Komtour von Morterolles und danach Kommandeur von Zypern war. Nachdem sein Onkel im Juni 1476 zum Großmeister gewählt worden war, folgte Guy ihm im Amt des Großpriors der Zunge der Auvergne. Im September 1482 übertrug Pierre Daubussen seinem Neffen die Aufgabe, den osmanischen Prinzen und gescheiterten Thronanwärter Cem. Der bei den Johannitären auf Rhodos Zuflucht gefunden hatte, in Frankreich in Gewahrsam zu halten. Cem wurde zunächst bei Nizza, dann in der Dauphin. In Morterolles und schließlich von 1486 bis 1488 als Gefangener in einem eigens nach Blascheforts Anweisungen gebauten Turm in Burkeneuf. Eingesperrt Im November 1488 brachte Blaschefort den Gefangenen nach Rom, wo der im März 1489 Papst Innozenz der Achte als politische Geisel übergeben wurde. Im Gegenzug erhielt Pierre Daubussen vom Papst den Kardinalschat, obwohl Guy de Blaschefortweiten in dem Ruf steht, wenig mehr als ein Gefängniswetter gewesen zu sein, der die Befehle seines Onkels Pierre Daubussen Blindlings befolgte. So erwies er sich andererseits allerdings auch als tapferer Kämpfer für den Orden. Im Juni 1499 erschien eine türkische Flotte unter Kapudan Pasha Daut vor der Westküste Griechenlands, wo sie eine Invasionsarmee an Land setzen sollte, um die verbliebenen venezianischen Stützpunkte auf dem Peloponnes zu erobern. Ein französisches Geschwader, verstärkt durch drei Schiffe der Johanniter unter Guy de Blaschefort, schloss sich im Juli der venezianischen Flotte unter Antonio Grimani an, um der türkischen Flotte den Weg abzuschneiden. Die ersten Kampfhandlungen im August gingen zugunsten der vereinigten christlichen Streitkräfte aus. In einem zweiten Anlauf am 20. August versuchten die Osmanen, die Einfahrt in den Golf von Patras zu erzwingen. Dabei fand sich das französische Geschwader mit der großen Karacke von Rodos unter Blaschefort in vorderster Front. Ein erneuter Sieg war bereits greifbar, als Grimani seine venezianischen Schiffe überraschend davon siegeln ließ. Kapudan Pasha Daut, der trotz starker Verluste noch immer eine zahlenmäßig größere Armada befehligte, gelang es danach, den Golf von Patras zu erreichen. Die Invasionsarmee ging an Land und eroberte in der Folge die noch verbliebenen venezianischen Stützpunkte. Blaschefort blieb nur übrig, nach Rodos zu segeln. 1512, als er sich am Sitz des Großpriorats Sovern in Burkeneuf aufhielt, wählte ihn der Generalkonvent des Ordens in Rodos zum Großmeister. Als Nachfolger von Emery d'Aubois, der wiederum Pierre d'Auboisen nachgefolgt war. Blaschefort starb aber bereits 1513 an Bord seines Schiffes auf der Fahrt nach Rodos.